So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich, warte, nicht ruhen, nicht schilden, doch hier. Erhalte Schilde, indem du sofort Gegenstände verbrauchst. Sofortgegenstand ist zum Beispiel eine Kokosnuss. Also, nehmen wir die Kokosnuss in die Hand, einfach R2 und zack, zack. Müsste eigentlich jetzt für die andere Aufgabe auch noch zählen, nicht nur die Tagesaufgabe. Na? Ah, habt ihr gemerkt, was der Unterschied ist? Ihr müsst aufpassen, dass ihr halt Schilde bekommt und nicht nur normales Leben. Ich denke mal, sollte bei jedem klar sein, was ihr noch nehmen könnt, ist zum Beispiel die Pilze in den Wäldern. Die könnt ihr natürlich auch nehmen dafür. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob hier welche sind, weil ich finde die komischerweise immer nur zufällig unterwegs. Wir gucken mal gerade, ach doch, ich glaube da hinten, warte mal. Ach, hier hält der Sprit wahrscheinlich wieder nicht lange. Ah, war hier im Waldstück was? Ich glaube hier, bin mir aber nicht mehr sicher. Wie gesagt, Pilze... Hallo? Da ist aber der Autofahrprofi wieder unterwegs. Ja, ich sage, der Tank von dem Auto ist eine Katastrophe, ey. Aber wie gesagt, entweder nimmt ihr halt die Pilze, oder aber Kokosnüsse, die ihr natürlich auch in Kokosnussbäumen findet. Na, hier sind auch keine Pilze, ich sage, Pilze sind ein bisschen mangelbar. Ah, mal gucken, was er macht. Will er den Kill oder nicht? Ja, mit der Pump keine Chance. Also, ich denke mir, ihr wisst Bescheid, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.